Hallo, hier ist Europa Box 28 wieder zu FIFA 13. Mal schauen, ob sich die Playstation wieder anmelden kann bei Playstation. Sonst geben wir wieder nicht die Scheisse. Da müssen wir halt offline sein. So, wir sind fertig und Luzern, oder der FC Luzern. Oh, ein Spieler von Luzern ist verletzt. Das Aufwärmen geht heutzutage auch nur digital. Wie das mich genervt hat, mein Laptop, wo ich die Videos aufnehme. Der hat von HP eine Hardwareabdeck gekriegt. Und jetzt hieß plötzlich das Mikrofon wieder anders. Das ging mir so auf den Piss. Ich musste auch wieder herausfinden, welches Mikrofon welches ist. Wie schießt man hoch? Drücken sie zum Starten des Spiels. Die Start-Taste. Ihr müsst euch nicht fragen, wieso ich keine Facecam gemacht habe. Ich habe herausgefunden, in den Videos mit der Facecam war das so ein Scheiss halt beim Rindern, dass auch die Stimme dann verkackt war. Luzern ist einfach. Die Reife ist ein Super-Bars liegt in Führung. So, jetzt muss ich auch bei Schnee etwas trinken. Ich habe auch FIFA seit ein paar hundert Tagen nicht mehr gespielt. Aber mein Spieler hat jetzt den Namen Pitti gekriegt. Wieso stehen da so viele vor dem Tor immer? Sorry. Oh, voll den Ball in die Fress. Und jetzt nachher hat es schon... Dach! Oh, wenn das kein Foul war. Keine Ragelei um den Ball. Jetzt kann die Flanke kommen. Ja! Und kein Tor. Ja, der Ball war schon im Tor aus. Das muss Eckball geben. Der könnte passen! Ein relativ früher Trenn. Ja! Richtig für die Moral einer Mannschaft. Ich glaube, die Fans sind doch recht wach. Naja! Das war ein geiles Tor. Ich glaube, ich mache den Spielsound ein bisschen lauter. Häusler war mein Spielauto. Zuerst muss einer mal das erste Tor machen und nachher geht es auch gerade. Klasse wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Bitti heißt jetzt mein Spieler. Da freut sich der Trainer. Super von außen reingespielt. Ja! Jetzt habe ich noch eine Frage. Macht er noch eins? Das war ja schon sein zweiter Treffer. Ja der Treffer war eigentlich nur noch Formsache. Die Flanke war wirklich die entscheidende Situation. Klasse. Sie liegen deutlich und klar vor. Hier geht es mal ruhig hier an bei Fifa. Einwurf. Und jetzt wollen sie das Flügelspiel forcieren. Muss ein Wurf geben. Bitti. Jetzt ist er durch. Nach Tor. Und jetzt. Tor. Also ich habe nach diesem Tor so allmählich den Eindruck, die Mannschaft fällt auseinander. Ja genau so wirkt das und das kann noch richtig bitter werden. Ja was haben die für einen dummen Tor. Dafür braucht man allerdings den richtigen Riecher. Um das umzubiegen, da musst du schon ein Meisterbieger sein. Eine klare Führung für den Gegner. Ein riskantes Tackling. Nur weil die andere mir den Ball weggerissen hat. Ja so kann es weiter gehen. Dieser Ball verhungert leider. Ein sehr schöner Pass. Achtung Kopfball. Erstmal nur abgewehrt. Super Pass genau. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Da gehört schon eine Menge Mut dazu. Und Tor! Und Tor! Und Tor! Und Tor! Und Tor! So langsam muss es bei Ihnen aber Klick machen, dass das ein ganz gefährlicher Spieler ist. Der hätte schon zweimal getroffen. Mit ganz viel Glück und noch mehr Pfosten verandet die Kugel hier im Netz. Oh das ist aber jetzt schon eine komfortable Führung. Das ist die Möglichkeit. Der sah gar nicht schlecht aus im Ansatz der Konter. Aber jetzt ist es vorbei. Und jetzt Tor! Das macht er richtig. Oh! Jetzt haben sie es! Nach Tor! Das Frank nimmt man wohl eine deutliche Sprache jetzt. Ja, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass da er sich nochmal was gemacht hat. Das packen die anderen nicht mehr. Zu deutlich ist die Führung. Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. BT. Ein wunderschönes Zuspiel. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Ja. Wollte Pass geben, aber nicht ein Tor. Ja. Oh. Ja. Jetzt hast du gedrückt zum Tor schließen. das sieht gut aus was haben die für ein scheiß tor das ist kinder instinkt und er kommt genau das ist jetzt die drei punkte sind im sack das ist jetzt aber schon deutlich eindeutige führung so sieht ein pass aus so da wird der trainer zufrieden sein das ist ein zweiter streich heute so was für ein schönes klare deutliche führung da freut sich der trainer jetzt sind die anderen das ist ich habe gemeint dass er jetzt meint ja so kann es weitergehen hey das ist mein ball du piss und wenn das in der zweiten halbzeit genauso läuft wie in den ersten 45 minuten ist das eine klare sache wenn das jetzt hier noch die wände gibt dann kannst du dir eine bratwurst kaufen ich spendiere dir eine runde senf ja das ist super nett aber da merkt man dass ein eagle in der tasche hat denn hier passiert gar nichts mehr jetzt noch die schönen tore so mit dem sogar das war europa box von fifa ja aus fifa 13 und ja wir ja praw Termin bis jetzt auch nämlich ich ich